Mann, was sind wir doch alle brav geworden in diesem Shutdown. Ich jedenfalls. Das hier ist mein Homeoffice und da habe ich für euch eine kleine Aufnahme mitgebracht. Lass uns doch ruhig mal wieder scheiße bauen, so richtig auf die Kacke hauen und lauter zum die Häuser ziehen, von mir aus Ärger mit den Bullen kriegen, will über den Wolken mit den Freunden singen und seinen Arsch zum Grinsen bringen. Dazu Gitarre spielen wie besessen und dann in voller Fahrt den Text vergessen. Über den Wolken, ei, 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 muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Und ohne Corona sagt man, darfst du wieder zur Oma und dann. Dann soll alles so wie früher sein, genauso nichtig und klein.